Also hat diese Insel dann keinen Ausgang? Muss ich wieder zurück zu anderen oder was? Ich wollte ja nicht zurück zur Schweinensel, aber ich habe mir gedacht, ich verbringe noch die Nacht auf dieser Insel hier. Und werde mich mal kurz mit der Eichemie-Maschine rumärgern. Und noch ein paar Sachen kochen, zum Beispiel das Ei. In der Fall würde ich jetzt noch ein Tallbird finden, weil ich bin ja voll geheilt. Das heißt, ich würde die Konfrontation überleben und mit vier Tallbird-Fleisch... Das Morse habe ich ja schon aufgegessen, also das kann nicht ein Fleisch. Oh, da war doch einer, da war doch einer! Also ein Ei nehme ich auch gerne noch, aber... Oh, da ist noch einer, das ist natürlich nicht so gut. Also eine Attacke kriegt er eigentlich immer durch, ne doch nicht. Aber leider finde ich immer noch nicht diese Ruby, irgendwo gibt es ja noch Rubine. Folgt der mir jetzt schon? Ja, der folgt mir schon. Okay, dann wird er mich mindestens einmal hauen. Kann ich leider nichts gegen machen, das ist ein bisschen tragisch, aber was willst du machen? So. Das Vieh ist down! Ah, siehst du, da gibt es ja auch Holz. Das ist mir auch gar nicht so aufgefallen. So, habe ich eigentlich schon wieder Hunger? Die eigentlich nicht... Ja, Evergreen. Es gibt hier aber echt kein Gras. Das ist, äh... Das ist auf Langzeit natürlich echt ein Problem, weil Feuer machen tue ich nun mal mit Gras. Hinten hat's Gold, aber... Nee, warte, das muss man so auskannt. Also morgen gehen wir dann zu den Schweinen und machen dann die großen Holzhacker. Also siehst du, ich muss mal Feuer hier auch neu errichten. Aber wie viele Steine habe ich denn dabei? 26. Ah ne, ich baue mal... Uah! Ach da! Ich bin ja fast da. Kann ich... Kann ich das Superfeuer bauen? Ähm... Ja... Oh, da geht es irgendwie zu ziemlich mein letztes Holzblatt drauf, aber was solls. Ich habe ja noch jede Menge Pinienkerne, die ich da... Reinwerfen kann. So. Äh... Das mit dem Holz war natürlich total fail. Ich wollte noch eine Eichenmühmaschine bauen. Naja... Naja... Oh... Wollt ihr mich angreifen? Na? Wollt ihr? Ihr wollt nicht. Gut... Das ist ein Bird-Tweb... Natürlich... Okay, das hier habe ich gesehen. So. Ich wollte auch eigentlich das gute Fleisch gekochen. Einfach damit es länger hält, oder? Äh... Bleib... Weiche von mir! Gott. Wo sind wir diese Viecher? So, ich war doch noch gar nicht fertig mit... 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 mit Fleisch kochen. Hier, ich wollte doch gerade... Dass ich auch mitten beim Arbeiten unterbrochen werde. Das ist so ärgerlich. So... Dann noch das gute Monsterfleisch kochen. Am besten nicht essen dabei. Ach, die Eier stecken ja nicht. Das ist ja ärgerlich. Stecken... Stecken wissen, dass es da rumkommt? Ja, gut. Das gekochte Eis steckt, aber ich... Ahne und befürchte... Oh, die heilen gar nichts. Na gut. Äh... Ich wollte gerade sagen, ich ahne und befürchte, dass das gekochte Ei leider auch... Äh... Leider nicht so lange erhalten wird. Und das tut es auch nicht. So, dann kann ich mir ja kurz mal eine Sekunde... Ich könnte mir... Was? Change your skin? Achso, genau. Ich wollte mir ja mal eine Insektenfalle. Ich wollte die zumindest schon mal erforschen. Und dann genau da bei der guten Gelegenheit auch direkt nach den... Achso, da brauche ich auch eine Alchemise. Aber brauche ich jetzt zwar alles hier, ne? Hier der Schlafpfeil. Aber das Ding ja... Ein Crow... Für eine Crowf... Für eine Crowf... Winged Beasts... Machen wir das noch. Na gut, dann machen wir noch kurz die Paddles, nochmal auch noch... Searchen wir noch kurz... Die Nacht ist ja auch nicht mehr, gar nicht so lang. Und morgen gehe ich dann mit dem... Mit den 6 Mann Schweine... Gibt es denn überhaupt in diesem Dorf so viele Schweine? Also mein Plan ist auf jeden Fall mit dem 6 Mann Schweinetrupp loszuziehen. Das scheint mir eine gute Idee zu sein. Danach sollte ich dann glaube ich mal eine Truhe bauen. Ich kann wieder was erforschen, yay. Am liebsten hätte ich ja gerne noch diesen komischen Hut, der leuchtet. I don't look... Ja, ich weiß dass man auf nichts viel lernt, was wir zu machen. Ich will das doch loswerden. Ähm... Meine Lebensblute gefallen mir echt gar nicht. Wie schaut's mit dem Feuer aus? Nice and comfy, alles klar. Nice and comfy ist super. So, das Ding hat glaube ich auch nicht viele Lebenspunkte gebracht, ne? Die gekochten Samen sieht man gut. Nom 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 nom. Gut, dann ziehen wir mal los. Mit dem Speer. Ja, das ist dann hier wahrscheinlich meine vorläufige Basis. Ja, ich glaube einen normalen Hut, den braucht man nur damit nicht weiterbauen kann. Ist glaube ich zumindest der Plan. Es dauert zum... Also... Grob beim Baum gepeilt dauert so 25 Minuten, bis man irgendwie so ein bisschen die größere erfolgt. Warte mal, ich hab keine... Ich hab doch, das ist ja mein... Ist ja gekochtes Monsterfleisch. Aber ich geb den Schweinen trotzdem mal lieber das gute Fleisch. Einfach weil ich Angst habe, dass... Dass vielleicht wenn die Nacht noch nicht ganz so vorbei ist, dass sie mich auf einmal wieder anfallen. Und ich möchte nicht von Schweinen angefallen werden. Das ist mir sehr unliebt. Das... Nein, das möchte ich nicht. Das... Das wünscht man ja auch nicht, Mann. So... Wo sind denn hier die Schweinchen? Danach baue ich ihre Hütten. Das ist übrigens mein nächster Plan. So... Kuppel Miet. Nom 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 nom. So... Was gibt's hier? Nur diese zwei Schweine... Gibt's hier nur diese zwei Schweine? Das ist ja... Das ist ja betrüblich. Hm. Ohhhhh. Das gibt's scheinbar. Wo ist denn hier nur diese beiden Schweine hier? Wo sind die anderen? Oder sind die dem Tod gefolgt? Oder sind die die... Sind die zombifiziert und dann sind die weg? Wäre natürlich jetzt sehr ärgerlich. Das wird mein Plan natürlich sehr trupedieren. Wo ich doch eigentlich mir... Ich hab' ich doch eigentlich fest vorgenommen, dass ich heute jetzt große Holzfällen mache weil ich einfach relativ viel Holz brauche. Also auch für die Forschung und so. Huh. Ja Jungs. Genau. Killtree! Was man gerade so auffällt, ich könnte natürlich auch Warum bräuchte ich eigentlich für einen Hammerseil? Achso, klar Ich wollte gerade ernsthaft fragen, warum ich für einen Hammerseil Ist gar nicht gut Wenn ich für einen Hammerseil brauche, aber das ist eigentlich relativ klar, wo man das braucht Smash den Gemeindenbaum Die ganzen Waffen hier, schön, dass ich die aller forschen kann, aber ich wollte doch Oh, da ist noch ein Schwein, jawoll Hallo Oh, guck mal, da oben ist noch eins Und noch zwei, jawoll Jawoll, so, wo habe ich denn eigentlich den Hammer, den ich gerade bauen wollte? Den habe ich noch gar nicht gebaut Äh Ich bin ja mal sehr gespannt, ob sie mich jetzt alle ver... Oh, warum habe ich eigentlich zwei Äxte, was soll denn das? Äh Ne, gut, äh, ihre Hütten Also ihre Hütten fällen, das muss ich anscheinend selber machen Das ist natürlich sehr schade Die Steine kann ich auch nicht mitnehmen, das ist natürlich auch ärgerlich Weil ich nämlich noch voll dünn mit Steinen So, vor allem, da ist noch einer, dann habe ich sogar noch einen Inventarplatz mehr frei So, time for food Ja So, jetzt müssen wir mal kurz hier in den tieferen Wald rein Denn... Ah, so richtig tief ist der Wald hier leider auch nicht Ich haue eigentlich nur so ein bisschen Alibi-mäßig auf den Baum hier drauf Punch, tüi, oh, was? Achso Hab ich geblockt Gemeines Schwein Wo ist denn jetzt meine andere Axt? Da Jungs, wir müssen mehr Holz fällen Ich brauche sehr viel Holz Verdammt, also mein Bautrupp ist nicht so richtig zu... Mein Bautrupp ist nicht wirklich davon zu überzeugen, hier richtig viel Holz zu fällen Ja, so eine sechsmal Schweinetruppe ist natürlich schon heftig, ne? Ah, schön Jungs, hier, Holz fällen Für das, äh, keine Ahnung was Aber, für mich Auf jeden Fall Ach, schön Vor allem geht das, also, mit, mit einem Schwein War das ja echt lang War das, hat das ja echt lange gedauert Bis so ein Holz Ah, hier, was war ich jetzt so weit davon Die haben leider einen relativ geringen, äh Na, komm hier Zumindest, den sie aussetzen, den würden die das voller Begeisterung machen Na, komm Jungs Ja Ah, ich glaub, sechs Schweine sind schon ein bisschen viel für den Job hier Das, das sieht nicht so aus, als würden die hier noch großartig Naja, das ist, das ist ineffektiv mit sechs Schweinen Wie viel Holz kann ich eigentlich noch mitnehmen? Die Pininkerne sollte ich, glaub ich, alle ins Feuer schmeißen Die brauch ich ja irgendwie nicht Na, die kommen alle Nein Wenn ich jetzt anfange, hier Bäume zu pflanzen, das dauert ja ewig Zumindest, die Axt könnte ich hier noch weghauen, ne? Schafft ich das überhaupt noch? Ah, das funktioniert, das funktioniert nicht ganz so gut, wie ich mir das vorgestellt habe Mit dem Schweinesupertrupp hier Sieht aber einfach daran, dass ich Doch, da oben ist noch eine Stelle, wo eventuell ganz schön viele Bäume zusammen... Ja, doch, hier sieht es gut aus Ich würde gerade sagen, es gibt halt irgendwie wenig Stellen, wo viele Bäume zusammenstehen So, jetzt hier Punch Tree, Kill Tree, yay Ach, schön Und das nur für einmal drei Tallballs killen Äh, möchte ich einfach nur auf der Stelle stehen bleiben? Ja, die machen ja ein bisschen alle Ewigkeit weiter Jo, friend Okay, gut, der hat seine Aufgabe vergessen Alter Schwede Finde ich jetzt noch nicht, ihre Hüttenfälle ist, glaube ich, richtig geil So Pick up, ja Ey, sind das viele Warte, kann ich die eigentlich mit... Ne, die hauen ab, oder? Ja, schade, die gehen zurück nach Hause, weil ich habe ja kein Feuer Das ist ein bisschen schade eigentlich Äh, kann ich die Steine überhaupt nicht? Ich habe gar keinen Platz mehr für die Steine Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof Und ich kann auch pinnen, keine weg, nein Ja, genau, das will ich Schaffe ich das überhaupt noch bis drüber zu meiner, zu meiner Insel? Wo weit muss ich denn noch? Äh, da möchte ich hin Ach, ich habe hier die Karte zwar nicht mal gedreht Oh, gut, dass ich vorher nochmal draufgeguckt habe auf die Karte Ja, verdammt, ich muss das schaffen Das ist gerade, wäre gerade verdammt schlecht, weil ich kann ganz schwierig nur ein neues Feuer machen Schwerlich, möchte ich fast meinen Da dachte ich, das schaffe ich ja, aber so weit war das ja nicht, oder? War das denn so weit? Oder? Oder? Ja, ähm, mein Langzeitplan ist übrigens jetzt erstmal schnell alles zu erforschen, was jetzt gerade geht Damit ich einfach, wenn ich mit dem nächsten Charakter spiele, mich nicht mehr so auf die Forschungspunkte konzentrieren muss, sondern nur auf die Inhaltung Oh, ich glaube, ich muss eine Fackel bohren Ich werde wohl nicht drum rum kommen Ich hoffe, ich kann eine Fackel bohren Oh, Mann, das wird richtig knapp Oh, nein, jetzt rennen Oh, ha, ha, ha Das ablaufende Essen ist übrigens jetzt nicht so problematisch für mich, also das geht eigentlich noch So, na, warte mal, wir haben das hier sowas richtig, genau Schade, dass meine Schweinehorte nicht mitgekommen ist, aber was willst du machen? Aber dafür kriege ich neue Freunde, jawohl Na, kommt doch alle her Kommt doch, wow Jetzt wird aber hier Gut, dass man die Kamera drehen kann Gut, dass ich das schon so früh rausgekriegt habe So, weil jetzt werde ich mich also die ganze Nacht damit verbringen, die Holzbretter herzustellen Die warten wir erstmal Ich habe gar nicht so viele Steine, oder? Oh, da muss ich ein bisschen aufpassen mit den Walks Ich habe ja ganz schön So, dann müsste ich jetzt hier die bessere Maschine bauen können Genau, die kann ich mich jetzt hier hinstellen So, dann glaube ich werde ich das komplette restliche Holz, was ich noch habe Erstmal schön zu Holzbrettern verarbeiten Ach, ist das spannend Aber immer eine gute Methode nachts verbringen Aber ich höre schon wieder eine Spinne Aber ich glaube, wir sollten mir vielleicht von Oh Okay, die werden da schon relativ früh schlecht So klug war das jetzt schon zu essen Das war übrigens mein letztes Essen, wie mir gerade auffällt Also ich sollte mir vielleicht langsam mal sicher doch mal Gedanken über ordentliches Futter machen Prost, jetzt haut das hier einfach ab Ich glaube, es hackt Äh, war das jetzt alles Holz, was ich verbraucht habe? Nee, ein bisschen was habe ich noch Gut Ähm Eine Truhe wollte ich mir bauen, ne? Was kosten die? Drei Holzblätter Naja gut, das ist ja in Ordnung eigentlich So, da können wir nämlich erstmal So viel Feuer Ich kann die ja Ich kann die natürlich nicht Ich kann die natürlich nicht, äh, umtauschen Das Monster Oh, das Monsterfleisch wird auch schlecht Das müssen wir erstmal Äh, ein bisschen Holz sollten wir vielleicht noch behalten Äh, das Oh, ist schon wieder Tag Juhu Ah, mir ist ein Bad gewachsen Jippie, jay, wo ist eigentlich mein Monsterfleisch? Das ist auch da Nee, das ist ja schon erst gekocht Uh Trotzdem, äh, stellt sich mir jetzt die große Frage Was ich jetzt mit meinen Nahrungsproblemen mache Ich meine, so auf Dauer ist es ja scheinbar doch nicht so cool jetzt hier Ja, ich mache ja erstmal ein bisschen Torschung für die Wissenschaft und so Ähm Ja, hm Wofür braucht die eigentlich gleich nochmal Für irgendwas brauchte ich doch Ach, man kann Achso, was geht nicht noch mit dem Mausrat? Das ist ja schön Na gut, äh, was gab es hier noch? Ein Birdcatch? Ja, habe ich gebaut Was, der braucht mal sechs? Achso Pickhouse, Shelter, One Pick Ja, ich möchte aber gar keine Eine B-Box Hm, was ist denn eine Was, eine Zahnfalle? Ähä Ich habe was verrücktes bauen Was, was mir Sinn macht Speedfarmplot Ja, das ist die Die, die, die Wer hat noch ein Minivirus? Nein! Verdammt, deswegen habe ich das geklickt Nö Also Not Crock-Pot Make better food Ja, drei Steine brauche ich dafür Wart mal Steine? Steine lässt sich einrichten Davon gibt es hier durch Zufall noch ein paar. Ich meine, wenn ich jetzt hier schon mal fröhlich rumforschen muss. Ich glaube, ich muss mal wieder auf Trollbeard-Jagd gehen. Die Spinnen gehen doch alle erst mal nach Hause. Die Büffel würde ich halt auch gerne mal finden, aber bis jetzt hat sich das ja noch nicht so ergeben. Achso, ich muss sowieso noch... Dies ist, das bietet sich eigentlich an, dass ich sowieso noch zu meiner Heimat-Insel zurück muss. Oh, das wird eine mehrtägliche Reise. Aber, was sollte ich denn da los machen? Was? Oh, ich habe kein Zeug mehr. Wie viele Steine habe ich denn jetzt? Sieben, reicht das? Wie viele braucht es? Ja, ich brauche drei behaune Steine und dafür für drei behaune Steine brauche ich definitiv mehr. Verdammt. Ist das ein Eder. Ich hätte einfach das goldene Dinger forschen sollen. Ich glaube, die goldene Spitzhacke hat sogar noch mehr Sinn als die goldene Axt. All die, weil die Spitzhacke sich doch irgendwie ganz krass abnutzt. Vor allen Dingen findet man mit Spitzhacken ja golden. Und wenn der eine wirklich ewig hält, dann ist das ja eigentlich super. Trotzdem mache ich mir langsam wirklich Sorgen wegen dem Essen. So. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese eine Farm, die ich da bauen kann mit Holzkohle, dass die mir so viel Essen bringt. Vor allem nicht, wenn ich sie hier auf Stein aufstelle. Also, dass sie überhaupt Essen bringt, kann ich mir schon eigentlich nicht vorstellen, aber... Was war das denn? War gerade Mittag, oder was soll das bedeuten, das Symbol? Ach, guck mal, wie nett. Das dauert ja lange, das Kochen. Toasted Seeds. Die machen leider auch nicht so viel, wie man sich das... Wie ich mir das wünschen würde. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. So, jetzt kann ich doch sicherlich... Nein, jetzt habe ich nicht genug Sticks. Oh, Gott, jetzt krankt es daran, oder was? Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Ach so, warte mal. Bevor ich hier irgendwie weitergehe, wenn ich sterbe, erforsche ich ganz schnell die goldene Spitzhacke, damit ich die beim nächsten Mal habe, weil ich ja vorhin schon rumgekriegt habe. Oh, die kostet 200. Na gut. Dann kann ich ja mal kurz... Das bringt ja sicherlich voll viel, die Dinger hier in die Maschine reinzuschmeißen. Nein. Cutstone. Da. Ich werde gucken. Ah, das bringt ja voll viel. Na bitte, so. Äh, eine Opulent Pickaxe, genau. Breakdown rocks like a boss. Ja, die baue ich dann bei nächster Gelegenheit, aber jetzt muss ich mal kurz gucken, ob es hier nicht doch noch irgendwo Gras gibt. Warte mal, vielleicht sollte ich auch mal sogar meinen Speer ausrüsten. Den könnte ich eventuell doch mehr gebrauchen. Es gibt ja... Ach so, siehst du mal, das kann man mit der Schaufel ausbuddeln, aber das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Warte mal, ich muss mir mal zumachen. Das ist richtig. Jawohl, da oben gibt es welches, aber es ist nicht besonders viel. Und vor allen Dingen gibt es hier keine Büsche. Die sollte ich mir vielleicht mal einpacken auf der anderen Insel. Andererseits ist die Insel hier als Heimatbasis zu benutzen noch eine doofe Idee. Warte mal jetzt hier. Ich muss töten. Ich muss töten, um zu leben. Das ist natürlich auch eine super Ausrede. Ich muss töten, um zu leben. Die armen Torbots, die können einfach so leben, aber ich nicht. Oh, ich bin ja doch schon ganz schön beschädigt. Ach verdammt, die heilen ja gar nichts. Ah, Knarf. Ich vergesse immer wieder, dass die Eier ja null Heilfähigkeiten haben. So, ich kann mit sechs Saplings, könnte ich mir jetzt theoretisch dieses Farmplot-Ding bauen, aber ich befürchte... Oh, du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen. Aber wenn der hier weit draußen rennt, das ist doch sicherlich sein Ei unbeschützt. Verdammt, das ist jetzt doof. Das ist jetzt richtig doof, weil ich habe nicht genug Lebenspunkte, um ein Kampf mit dem zu überleben. Wenn das Vieh für mich zurennt... Oh. Ah. Ich bin in die nächsten rein dran. Es ist getting late. Was? Ist schon wieder Nacht? Oh, mir fällt gerade doch der Fail auf. Ich hoffe, ich komme mit zwei... mit zwei Holz die Nacht durch. weil ich habe dann... Mal das... Der Viehchen... Ich... Ein bisschen Zeit habe ich ja eigentlich noch, wenn ich jetzt nicht so weit noch angefallen werde. Ja. So. Okay. Jetzt haben wir genug Holz, um auf jeden Fall durch die Nacht durchzukommen. Hoffe ich zumindest. Was willst du denn noch? Gott. Ja, Viecher. Ach, das greift mich jetzt auch noch an. Na gut, das schaffe ich. Das schaffe ich heute noch. Oh, das Vieh auch noch. Langsam wird es jetzt echt ein bisschen schwierig mit der Nacht. Vor allem mit... Ich mache mir eigentlich gerade mehr Sorgen wegen meinen Lebenspunkten als wegen allem anderen. Puff. Guck. Ach so, das waren die toten Spinnen. Die sehen so komisch aus, wenn sie umgekippt sind. Ach so, ach so, ach so. So. Jetzt hier den Crock-Pot. Ach so. Damit kann ich nur... Damit kann ich nur Essen kochen. Verstehe. Ich baue es trotzdem mal. Einfach, weil es kann. Ich würde vielleicht nochmal ein bisschen... Ach so, da kann ich auch noch kombinieren. Machen wir einfach mal ein Ei mit Fleisch. Geht das? Ach nee, warte mal. Ich muss vielleicht erstmal das Ei kauen. So, jetzt das Ei mit Fleisch. Geht nicht? Ja, wäre natürlich super, wenn man jetzt... Nee, okay, gut. Die Kombination ist scheinbar jetzt nicht so beliebt und nicht so gängig. Ach so, dann kann ich nur Besseres. Ja klar, das wächst natürlich nichts nach. Oh Mann, was wollt ihr denn jetzt? Die komischen Spinnen, was wollt ihr den ganzen Tag von mir? Hab euch nichts getan. Außer vielleicht auch Atem. Das habe ich noch gar nicht gekocht. Nein, kochen. Das würde natürlich auch erklären, warum ich das nicht kombinieren konnte. Wo ist denn jetzt das Ei? Da. Hm. Ich denke mal, davon bräuchte ich jetzt die Pflanzen oder irgendwelche anderen lustigen Gewürze. Ich hätte einfach nicht hab. Ey, diese Spinnen hier, die geben mir auf jeden Fall einen halben Herzinfarkt hier. Ich kann auch gerade nicht so richtig viel machen. Nein. Na, jetzt habe ich das Ding daneben gepackt, da komme ich dann nie wieder ran. Doch, komme ich. Leider, ja. Also vom Erfahrungswert hier ist es jetzt nicht so der Hammer, aber ja, ich muss zurück zur ersten Insel, da hilft ja alles nichts. Ja, Cockpot. Ich habe leider keine Ahnung, wie ich zu kochen habe. Das war Monsterfleisch, genau. Aber, was, ich habe nur noch zwei von denen gekocht, einen Pininkern, das ist ja auch irgendwie schlecht. Natürlich kann ich die nicht mit rechts. Ach, da hätte ich ja noch fünf Steine gehabt. Mensch, ich habe mir Sorgen gemacht. Das ist ja auch nicht halbieren könnte. Ich würde gerne nur die, oh, doch, ich kann es halbieren mit Steuerung. Weil ich wollte mich gerade sagen, weil ich wollte mich gerne mal ein bisschen weniger Zeug mitnehmen, wenn ich mich jetzt nämlich gleich auf die lange Reise begebe. Ja, doch, das passt so, das auch. Ach komm, die Holzkohle brauche ich ja nicht unbedingt. So gut, weil ich muss jetzt nämlich auf jeden Fall wieder zurück zur ersten Insel, weil diese Insel hat ja keinen Ausgang, oh, das weiß ich noch gar nicht, ob diese Insel gar keinen Ausgang hat. Das werden wir gleich herausfinden. Insel.